Wenn die Windenergie wirklich umweltfreundlich sein soll, können wir nicht einfach nur Windturbinen in die Landschaft oder ins Meer stellen. Wir müssen uns vielmehr Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen die Windkraftanlagen auf Mensch und Umwelt haben. Beton, Stahl und die vielen anderen Baustoffe müssen irgendwo herkommen und nach dem Abriss der Anlage irgendwo hingehen. Beim Betrieb der Anlage kommen Vögel zu Tode, Nachbarn können unter den Geräuschen leiden, unter den flackernden Schatten und unter den nächtlichen Geblinke. All das will sorgfältig abgewägt sein. Je weiter die Technik voranschreitet, umso mehr Mittel und Wege gibt es obendrein, um die Auswirkungen der Windenergieanlagen auf Mensch und Umwelt abzumildern. Dieser offene Online-Kurs führt in die diversen Problembereiche der Windenergienutzung ein, oft mit etwas anschaulicher Physik und meist mit Informationen über aktuelle technische Neuerungen. Dieser Kurs richtet sich an alle, die technisch oder politisch mit Windenergie zu tun haben oder Miteigentümer sind, zum Beispiel in einer Bürgerwindgenossenschaft oder direkt in ihrer Nachbarschaft von Planungen betroffen sind. In jeder der acht Wochen gibt es eine neue Lehranheit mit Videos und Aufgaben. Das elektronische Forum hilft, Fragen zu klären, Erfahrungen auszutauschen und, nicht zuletzt, Kontakte zu knüpfen. Ich hoffe, wir kommen sogar gemeinsam auf ganz neue Ideen, damit die Windenergie nicht nur das Klima schont, sondern noch besser mit Mensch und Umwelt harmoniert. Also jetzt gratis anmelden! Vielen Dank!